Die Leviten lesen, das sagt man so. Dem gehören die Leviten gelesen. Die Worte bedeuten, da hat einer kein Blatt vor den Mund genommen, endlich mal Klartext, Tacheles geredet, nichts zurückgehalten. Der Spruch soll auf das Mönchswesen und die Bibel zurückgehen. In den Klöstern wurden Verhaltensregeln für die katholischen Priester aus dem dritten Buch Mose, Leviticus genannt, vorgelesen. Sie mussten von den Leviten lernen, die im Tempel von Jerusalem zu Zeiten des Alten Testaments für die ordentliche Gestaltung der Gottesdienste verantwortlich waren. Bei den Opferungen mussten sie nicht nur alles richtig machen, sondern vielmehr noch auf die Worte achten. Es musste klar sein, weswegen das Opfertier sterben sollte. Dem Sündenbock wurden am großen Versöhnungstag dem Yom Kippur alljährlich alle erdenklichen Sünden vorgelesen, die irgendjemand begangen haben konnte. Dann wurde er, wie man auch heute noch sagt, in die Wüste geschickt. Dem Unschuldslamm wurden sie gleichzeitig aufgehalst, indem der Priester seine Hände dem Tier auf den Nacken stemmte. Es kam darauf an, dass nichts ausgelassen wurde. Gott selber bot schließlich die Gelegenheit, Vergebung für diese Sünden und eine neue Chance zu erlangen. Diese Sorgfalt hat später ihren Ausdruck im Bußgebet der Synagoge am Vorabend des großen Versöhnungstages gefunden. Es heißt Kol Nidre. Obwohl es kein Opfertier mehr gibt, seit der Tempel 72 n. Chr. zerstört wurde, ist es bewegend zu lesen und zu hören, wie ernst das Sündenbekenntnis im Judentum bis heute genommen wird. Allerdings kommen in der zweiten Hälfte des Gebetes mit noch mehr Aufmerksamkeit alle greifbaren Argumente zur Sprache, die Gottes Gnade plausibel machen. Diese Regel hat der Apostel Paulus gekannt und als geistliches Prinzip für alle Menschen formuliert. Wo die Sünde sich gehäuft hatte, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden. Lesen wir im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 20. Nun aber kommen wieder die Leviten ins Spiel. Sie achten auch auf die Ordnung des wahren christlichen Gottesdienstes. Ihr feiert Christus, das Lamm Gottes, bei jedem Abendmahl. Es ist gut und heilsam, dass ihr die persönlichen Sünden bekennt. Es geht aber um die Sünden der Welt. Das Lamm will auch die Verfehlungen und Gottlosigkeiten in euren Familien, größeren Gemeinschaften, im Land und in der Gesellschaft, in der Politik und zwischen den Völkern. Heute lesen die Leviten uns die Leviten. Das ist ihr biblischer Impuls. Ihr Christen, hängt dem Lamm Gottes die Sünden der Welt an. Übt euren Gottesdienst recht und ordentlich aus. Nehmt euren Auftrag ernst, den Martin Luther das allgemeine Priestertum der Gläubigen genannt hat. So, dass klar wird, wofür Christus, das Lamm Gottes, gestorben ist. Für alle antisemitischen Untaten, für alle nationalistische Überheblichkeit, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Ausbeutung und Unterdrückung anderer Völker. Für alle Schuld an korrupten Verhältnisse, an Menschenhandel und anderen Formen moderner Sklaverei. Für alle Missachtung, Entwürdigung und Verrohung von Menschen, Kriegen, Katastrophen und andauerndem Elend. Was wird geschehen, wenn wir Jesus das Vertrauen aussprechen, alle diese Sünden wegzunehmen? Welche Herausforderung ihm zuzutrauen, dass er die Verhältnisse wirklich ändert? Dass er große Wunder tut? Dass er Sündern den Weg der Umkehr weist? Die Leviten mahnen uns, Leute, es geht um öffentliche Probleme. Wir sind damals im Tempel in Jerusalem für die Belange unseres Volkes eingetreten. Darum solltet ihr heutzutage in euren Gemeinden zusammenkommen und die aktuellen Sünden auf den Altartisch bringen. Miteinander, ordentlich, öffentlich, nachdenklich, mitempfindend, klagend, weinend, schweigend. Wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit da, unserem Vater im Himmel das Vertrauen auszusprechen, dass er uns erlösen wird von dem Bösen? Wann, wenn nicht jetzt, sehen wir unsere geistliche Verantwortung für die Welt? Es ist Zeit, die Leviten zu hören.